Der Zugversuch wird auf einer genormten Zugprüfmaschine durchgeführt. Der Zugversuch hat in der Werkstoffprüfung die größte Bedeutung, weil hierdurch die wichtigsten Kennendaten eines Werkstoffes wie Streckgrenze, Zugfestigkeit, E-Modul und Bruchdehnung bestimmt werden. Es wird ein genormter Prüfstab in das Spannwerkzeug eingespannt und die Probe mit genormter Geschwindigkeit gedehnt. Die Kraft F, die die Probe der aufgezwungenen Streckung entgegensetzt, wird in einem Diagramm gegen die Verlängerung Delta L des Probenstabes aufgezeichnet. Wird ein Zugversuch an einem Baustahl durchgeführt, so tritt ab einer bestimmten Beanspruchung neben der elastischen Dehnung plötzlich auch eine bleibende Verlängerung der Probe ein. Dabei geht der im Diagramm angezeigte Graph bei F, E, H zurück, weil die Widerstandskraft der Probe deutlich nachlässt. Nach Überwindung dieses Streckgrenzenbereiches dehnt sich die Probe bei steigender Kraft mehr und mehr. Bei einer bestimmten Höchstkraft, die im Diagramm als F, M angezeigt wird, beginnt die Probe sich einzuschnüren. Hierbei geht die Kraft zurück. Schließlich tritt der Bruch ein. Um nicht nur Aussagen über die Kräfte treffen zu können, die ein bestimmter Zugstab in der Lage ist zu ertragen, sondern Werkstoffkennwerte zu erhalten, müssen die Kräfte und Längenänderungen auf die geometrischen Daten des Zugstabes bezogen werden. So wird die Kraft F auf den Ausgangsquerschnitt S0 bezogen, um die Spannung zu erhalten. Und ebenso wird die Verlängerung Delta L auf die Ausgangslänge L0 bezogen, mal 100%, um die Dehnung Epsilon zu erhalten. Trägt man die so berechnete Spannung gegen die Dehnung auf, erhält man das Spannungsdehnungsdiagramm. Bei geringer Beanspruchung verhalten sich viele Werkstoffe rein elastisch. Das heißt, die Verformung ist reversibel und geht bei Entlastung vollständig zurück. Dieser Bereich zeigt sich im Spannungsdehnungsdiagramm als Anstiegsgerade im Bereich kleiner Dehnungen, der sogenannten Hookschengerade. In der Regel werden Konstruktionen so ausgelegt, dass sie in diesem rein elastischen Bereich belastet werden. Die Steigung der Hookschengerade entspricht dem Elastizitätsmodul E, der ein Maß für die Steifigkeit eines Werkstoffs ist. Die im Kraftverlängerungsdiagramm angezeigten Höchstwerte Fm dividiert durch den Anfangsquerschnitt der Probe S0 ergibt die Zugfestigkeit Rm. Betrachten wir das Verhalten der Spannung im Spannungsdehnungsdiagramm, erkennen wir die Punkte REH als obere Streckgrenze und REL als untere Streckgrenze. Wenn das Probenmaterial keine ausgeprägte Streckgrenze aufweist, das heißt es zu keinem abrupten Spannungsabfall am Ende der Hookschengerade kommt, bestimmt man die sogenannte 0,2% Grenze RP 0,2. Nach denen wird die 0,2% Grenze zeichnerisch durch eine Parallele zur Hookschengerade bestimmt. Und zwar im Abstand von 0,2% der ursprünglichen Messlänge. Der Schnittpunkt mit der Spannungsdehnungskurve ist die Spannung RP 0,2. Zur Bestimmung der Bruchdehnung A wird die zerrissene Probe exakt zusammengefügt und die prozentuale Verlängerung bezogen auf die Anfangslänge bestimmt.